Beeindruckend. Also eigentlich alles toll. Hochmodern. Nein, sehr schön. Es ist sehr sauber und Leute sind nett. Also erstmal die Kostenfrage und ja, dass man hier besser aufgeklärt wird. Sprechen alle Deutsch. Also die Aufklärung und die Kosten sind halt das Wichtigste. Ein weißes Lächeln wieder. Ja, wieder glücklich. Man kann wieder lächeln. Man muss keine Angst haben. Dentalprime ist für mich super.